Hallihallo und herzlich willkommen zum Let's Play von Assassin's Creed Schreiner Freiheit. Ein kleines, ja, dreistündiges Add-on DLC zu Assassin's Creed 4 Black Flag, wo wir hier diesmal die Rolle von Adavale übernehmen. So ungefähr 15 Jahre nach dem eigentlichen Assassin's Creed 4 Black Flag. Ich quatsch nicht lang, wir fangen direkt an und schauen mal, wo Adavale uns hier hinbringt, hä? Oh, I like. Erstmal ewig lange Wildwater screen. Oh Gott. Äh, ja. Uh, ich liebe die Grafik, verdammt, achst. Ne, Saint Dominic, 1735. Darf ich wieder Schiff fahren? Und wen haben wir wieder als Käpt'in? Natürlich, Adavale. Der Name ist total komisch, oder? Aber ich find den echt gut. Das Paket ist beim Templar Admiral auf dem Leitschiff, Captain. Ei. Sollte er den Befehl geben, ist es verloren. Das Paket selbst ist nicht so interessant wie sein Empfänger. Wir müssen diesen Laufburschen Admiral erledigen und die Templar Bedrohung aufdecken. Okay, jetzt komm ich wohl endlich mal dazu. Als ich Assassine wurde, schwor ich ab vom Piraten-Dasein. Doch die alten Methoden haben dem Tredo oft gedient. Alles ist erlaubt. Auf Gefecht-Position! Ei, und oft geht es nicht anders. Ei, dann schieß. Es ist beschädigt. Ein guter Treffer könnte sie lahmlegen. Uh, ich bin wieder voll drin hier. Guckt euch das an. Die Schieße doch schon. Oh, Vater. Nein, ich seh's, oh Gott. Warte, ich muss mich doch erst mal wieder... Ich muss mich doch erst mal wieder einfinden hier. Alter. Warte. Jetzt weiß ich endlich mal, wie man den scheiß Mörder macht. Das hab ich im ersten Spiel nie, nie erfahren. Nie. Da ein paar Kugeln wieder. Ei. Haben wir sie? Haben wir sie? Leute, ich komm mal am Boden, hä? Ich komm mal vorbei. Bin gleich da. Ich bin da. Los, Kinder. Ich muss doch erst mal meine Bollermann hier schießen. Wo ist denn hier wer? Da ist wer. Schieß mal dahin. Haha, ich hab ihn getroffen. In your face, bitch. Dem schon, Captain. Triff steh'n? Hab ich den Captain erwischt? Aha. In your face. Darf ich jetzt rüber? Oh, oh, warte. Oh ja, warte. Oh, oh, warte. Warte, warte jetzt. Nee, ich wollte nicht hängen. Ich wollte das Ding benutzen. Darf ich das jetzt hier? Ach, hallo? Ich möchte gern... Rohpfeile. Finde ich klasse, aber... Ich möchte gern... Also, was ist denn mit der Steuerung hier los? Allerweil, du willst mich grad veräppeln, ne? Was? Soll ich hier auch rüber? Also, es ist hier Shift? Na, da brauche ich mich nicht wundern. Mach... Oh Gott. Allerweil, komm. Komm, Schneckchen. Katsching. In your face. Schnelle. Wow, what? Guck dir das an. Boah, hier noch einer. Wo sind die Leute von mir? Warte mal. Ach du Axt, warum sind die Steuerung hier so anders? Ja, den machen wir tot. Den Homo. Mach den tot. Und mir ist auch mit Nahkampf auf Wurst. Egal. Nee, warte mal. Aua, jetzt machen wir mal. Fällt das in Ordnung? Der müsste doch schon mal locker flockig tot sein hier. So, Leute. Was ist los? Nach unten gehen. Ich soll nach unten gehen. Das ist ja auch. Lass mich mal durch hier. Nee, ich muss nach unten gehen. Vorzeihung, ich muss nach unten gehen. Lass mich mal wegkommen. Hier. Ab nach unten. Ich weiß ja nicht, weswegen der hier auf dem Schiff ist, aber... Katsching. Ich habe auch ein nächstes Freund, hä? Warte, ich will... Oh Gott, rennen. Mach den tot. Mach den... Den ja, Face. Oh, what? Wer ist denn das? Kenn ich den? Kennt man den? Nee. Okay. Warum ist das hier... Ach, ich verstehe es nicht. Was habe ich getan? Niemand weiß. Ah, jetzt soll ich wieder nach oben. Okay. Okay. Stell keine Fragen. Irgendein Paket? Bastian Joseph, Pant du Prance. Was haben die Templer dazu suchen? I don't know. Oh, guckt euch das Wasser auf seinem Gesicht an. Hi. Noch mehr Franzosen an unserem Heck. Was? Mach die platt. Warte, ich möchte... Ich möchte... Ich... Ich... Zu viele! Wir müssen in den Sturm. Was? Wir werden an der Küste zerstellen. Viel Schlimmeres wartet. Hält dieses Land den Templer Hände. Hi, Captain! Genau, ich lende mal nicht rum. Wir müssen hier mal ein bisschen... ...dicke Action machen. So, warte. Ich muss... Ich muss schon fahren. Oh Gott. Na Gott, warte. Oh. Gib Gummi! Es geht los! Bleib standen! Es ist hoffnungslos! Halt die Fresse! Ihr müsst euch retten! Ich bleibe beim Schiff! Nein, ich bleibe bei dir! Jetzt ist unser Gekepp! Sag mal! Sitzt das in Ordnung? Ach, den Scheiß tun die! Also nicht, warte mal. Hier. Daneben! Oh, warte. Was? Ach, du Scheißdreck! Alter! Oh, ich versuch's ja! Alter, fast... Kommt noch eine Riesenselle! Er guckt euch das an! Oh Gott! Oh Gott! Die Riesenselle! Oh Gott! Oh Gott! Junge! Der Mörser! Jetzt soll ich unter den Mörser schießen! Du bist... Du bist so Experte! Heuer! Oh nein! Ihr seid lustig! Ich muss doch rüberziehen! Ich seh nichts! Ihr wollt mich verabeln! Was ist mit meinem Schiff los? Yo, Schiff! Hier! Zieh rum! Ach, du Axt! Da kommt eine Riesenselle! Oh Gott! Oh ja! So ist in Ordnung! So ist in Ordnung! Oh! Ich bin hier voll falsch, hab ich das Gefühl! Ach, du Axt! Hier, Kinders! Könnte man bis dahinten schießen! Geht das? Feuer! Haben wir getroffen? Echt? Bereit zu feuern! Los! Feuer! Ich hab ja nicht mehr... Was ist daneben? Wie daneben? Feuer! Ladung klar! Das Bluch der Augen! Was ist los? Ach so. Alles zu die Worte? Feuer! Ach, chill! Zieh doch mal das Ding rüber hier! So, guck, geht dir das an! Das geht auch so! Ach so! Ach, Pst! Kommt dir schon wieder eine Riesenwelle! Uh, warte! Oh Gott! Verdammt! Axt! Was geht los? Hier geht gar nichts los! Was? Hier hat zu uns niemand! Was geht ab? Oh Gott! Schliess mal die Dinger hier rein! Ach gar nicht! Die müssen... Erwarten Befehle! Ich bin noch dabei! Warte! Sieh, sie funktioniert! Wenn er speichert, ist es kaputt! Ah, da hat er voll ins Gesicht gekleischt, das war so! Guck! Ah, der Sturm war schon nicht ohne! Der war ordentlich! Oh, der... Oh, der... Oh, nee! Ich... wurde übelseekrank werden! Alter, jung, halt dich bloß fest! Komm, jung! Ah, da war die, komm! Alter, guck dir die Welt an, das geht gar nicht! Das sind 90 Grad locker fluggig! Klein Ding! Vision beendet! Mit... Mit Fernrohr finden! Wie soll ich denn da was mit einem Fernrohr finden? Voll am Arsch, ja! Oh! Ja, aber warum haben... Der... Warum... Warum... War das nicht Schiff? Hat das Spiel... Also, ich hab Black Flag länger nicht gespielt! Aber ich kann mich nicht erinnern, dass das auf Schiff war! Das kannst du mir nicht erzählen! Oder war es auf Schiff? I don't know! Da ist er! Am Land! Mit dem komischen Package hier! Mach auf, jung, mach auf! Er scheint zu leben! Aber seine Kumpels überlebt haben, ist fraglich! Irgendwer singt! Wer singt da? Sind wir in Nassau? Nee? Ein bisschen aus wie in Nassau! Oder sowas Entferntes! Äh, hallo? Verkauft ihr hier schwarze Leute oder was? Ah, Essence Creed, Freedom Cry! Oder auch Frei... Äh, äh, Schrein nach Freiheit! Oh mein Gott! Alter, mach den tot! Anabali, komm! Mach... Mach den jetzt tot! Nimm das und dann mitten ins Kreuz! Ach, die Grafik ist so geil! Mmh! Warte! Lass mich! Ich will jetzt! Ja, die Bildschirm! Diese Frau darf nicht leiden! Ich seh sie ja! Bitte was? Beide Ohren? Ich hab sie! Ich hab' ihn! Als Toddi! Ich bin auf der Suche nach Pastienne Joseph! Kennst du sie? Nein, nein! Natürlich nicht! Doch jeder feine Gentleman kann dich zu ihr führen! Für den ist es zu spät! Sucht er einen in der Stadt? Nun habe ich zu danken! Hast du einen Unterschlupf? Meine Familie wartet in den Bergen! Dämon, Gämon! Gott sei mit dir! Was auch immer sie gesagt hat und du sagst einfach Gott sei mit dir! Ist in Ordnung! Okay! Befreit des Laben Einer! Na, immerhin! Einer ist besser als keiner! Was ist los? Ich bin ja nur am rumhüppeln! Was ist er denn? Was hast du Schönes? Für mich? Beutel! Ich weiß gar nicht wie das geht! Aber die Leute, ich hab' auch noch gar nichts! Ja, ich wollt' nur mal gucken! Nur mal gucken! Aber ich wollt' nur mal... Kann ich hier hoch... Ach, hier ist der schon wieder... Oh, hier muss ich aufpassen! Plantagen! Und Plantagenüberfälle sind eine gute Möglichkeit, um viele Sklaven gleichzeitig zu befreien! Die finden sie nahe Port-O-Port-O-Pries und in der ganzen Karibik! Alles klar! Plantagen wurden... Eine Plantage allerdings erfolgreich überfallen, bleibt sie verlassen, bis ein neuer Besitzer sich an diesen Ort niederlässt! Okay! Ja! Okay! Ich muss mich jetzt echt umgewöhnen, dass das... Ach du Axt! Oh, warte! Ich bin dran! Ich bin dran! Ich bin dran! Halt die Fresse! Nix passiert! Halt die Fresse! So! Alles gut! Kann ich dich befreien? Nee, okay! Ich... ich... ich töte dann einfach die Leute hier? Was gehen ab? Warte! Nee! Ich bin dran! Alles gut! Sessимости! Warte!